An AutoBach gefällt mir besonders die ganzen Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel auch ein Schwerpunktwechsel zu einem Hochvolt- und Systemtechniker. Dass gute Leistungen wie in der Schule oder auch in der Werkstatt anerkannt werden. Bei AutoBach gefallen mir vor allem meine positiven Kollegen, die mich tatkräftig bei allen Sachen unterstützen können. Der familiäre Umgang im Unternehmen, zudem gibt es tolle Prämien und Angebote für Azubis. Die Vielfalt an Standorten und Marken und dass man eben für seine guten Leistungen belohnt wird, zum Beispiel mit dem Azubi-Mobil, wenn man die Zwischenprüfungen erfolgreich absolviert. Zudem ist natürlich wichtig, Interesse an den Autos und der Technik zu haben. Dass ich bei Audi angestellt bin, würde mich schon seit klein auf durch ihren technischen Fortschritt begeistern. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich und vielfältig und man lernt alle Abteilungen kennen. Mein bisher schönstes Erlebnis bei AutoBach war der Azubi-Tag, da man sich dort mit seinen Azubi-Kollegen austauschen konnte und mehr über das Unternehmen kennenlernen durfte. Was man mitbringen sollte, um sich für diesen Beruf zu interessieren, wäre zum einen das Interesse an den Fahrzeugen und ihrer Technik. Teamfähig, flexibel und aufgeschlossen ist und vor allem freundlich. Ich habe mich für diesen Berufstag entschieden, da ich mich vor allem für Autos interessiere, mir das Technische auch sehr liegt, deswegen war die Wahl nicht fern. Mein bisher schönstes Erlebnis bei AutoBach war definitiv der Autosalon in Limburg. Da konnte man hinter die Kulissen blicken und sehen, was alles so dahintersteckt. An meinem Beruf gefällt mir hauptsächlich die Abwechslung. Ich erlebe jeden Tag etwas Neues und zudem die Faszination Porsche.